Willkommen zurück, the long journey home. Wir werden es schaffen, wir werden überleben. Leute, pass hier draußen gut auf euch auf, sagt er. Ja, ich weiß gar nicht mehr, Landemodul Außenhülle, da müssen wir was machen. Wieso komme ich hier nicht ins Schiff? Ah da, Schiffsantrieb ist defekt. Wie kriege ich den denn repariert? Kann ich den reparieren? Treibstoffeffizienz, oh. Labor. Landemodul, ja, nee. Das hilft uns nicht weiter, wir müssen irgendwie den Schiffsantrieb reparieren. Er ist voll. Dann gehen wir hier mal aus der Unberlaufbahn raus. Zum nächsten Planeten. Bisschen Schub geben. Mal gucken, was uns auf dem Planeten erwartet. Nicht abstürzen. Hier ist Mineral, Gas, durchschnittlich, das ist alles, was wir brauchen. Okay, dann landen wir doch mal. Viel schief gehen darf mit dem Modul jetzt hier nicht mehr. Warum wackelt das so? Und schon wieder gerammt. Und runter. Oh, 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 oh. Was war das denn? Wir müssen erst das Modul reparieren. Er fliegt uns ja bei der kleinsten Bohrung in die Luft. Wie reparieren wir den? Hier haben wir noch Sachen. Außenhöhle, Landemodul. Da. Mach mal. Wie sieht das Landemodul jetzt aus? Außenhöhle repariert. Ja, versuchen wir es hier nochmal. Zweiter Anlauf auf dem Planeten. Gegendruck. Komm. Das war fast gut. Die Landung. Und jetzt versuchen wir es nochmal mit dem... Was ist da denn los? Das ist ja auch noch eine Schnittverletzung. Irgendwie lässt sich hier nicht wirklich bohren. Guck mal drüben nochmal. Der Bohrer ist halt auch so kaputt. Das wäre gut, dass man im Wasser gut landen kann. Fliegen wir einmal rüber. Das gibt's doch echt nicht, ey. Und wieder beschädigt den Länder. Einen würde ich gern noch. Ab nach oben. Treibstoff haben wir wieder. Auftanken und weiterfliegen. Jetzt sollten wir mal irgendwas mit Mineralien finden. Und nicht mit den Sulfaten, sondern... Ja, das war schmerzhaft. Das stimmt. Wir brauchen jetzt mal andere... Treibstoffkonverter, genau. So, Treibstoff aufgetankt. Wir gucken uns den nächsten Planeten noch an. Oder... Komm, wir fliegen weiter. Sprung. Wo fliegen wir hin? Mal schauen. Vorher nach Herkules, okay. Da sind wir ja hergekommen. Hier ist ein Raumhafen. Da ist ein Mineral. Das bringt uns auch nicht weiter. Hier wäre alles. Wenige Gasplaneten, viele Ozeanplaneten. Dann sammeln wir doch da mal ein bisschen Metalle ein. Befallen ist jetzt auch noch. Oh Gott. Okay, dann gehen wir erstmal aufs Schiff. Können wir den irgendwie retten? Ja, die sind alle befallen. Befallen, befallen, befallen. Was haben wir denn noch? Souvenir aus der Sphäre. Das hilft alles nicht viel. Liegen wir mal rüber. Versuchen, Metall zu sammeln. Na komm. Gucken wir mal, was auf dem Planeten ist. Gas ist da. Hohes Risiko entfernen. Auf keinen Fall. Fliegen wir zum nächsten. Jetzt soll ich da rüberfliegen. Aber der sieht auch nicht sehr freundlich aus. Hohes Risiko. Inferno Temperatur. Er kann's knicken. Dann versuche ich nochmal da rüber zu kommen. Was da so ist. Er sieht besser aus. Harmlos Mineralgas. Ja, Gas können wir gebrauchen. Versuchen wir's mal. Mit unserem kaputten Lander da zu landen und ein bisschen Zeug einzusammeln. Wenn das rot ist, dann ist da glaube ich nix, oder? Ich lande da mal trotzdem und gucke, ob ich da irgendwas entdecken kann. Y. Endlich ein freundliches Gesicht. Freundlich genug jedenfalls. Der Göttin sei Dank. So ein Raxrad-Pirat ist hier aufgetaucht. Und unsere Geschütze sind offline. Jetzt droht er uns mit Nuklearschlägen. Wenn wir ihm nicht alles geben, was wir haben. Der letzte Treffer hat fast ein Viertel meiner Leute getötet. Bitte helft uns, bis unsere Defensivsysteme hochgefahren sind. Das nenne ich mal hübsch. Hm. So einer davon reicht, um ihn praktisch ewig laufen zu lassen. Ah. Cool. Aha. 50 Credits? Wie entfernt? Nee. Mist. Das wollte ich nicht. Okay. Ja gut, dann versuchen wir hier nochmal was zu sammeln. Ohne den Ländler zu zerstören. Oh, das mögen die nicht, wenn man bei denen sammelt. Diese Steuerung, die geht mir so auf den Keks. Wieso sammelt der da nichts ein? Zwei noch. Zwei noch. Das ist echt. Gut. Fliegen wir da rüber, versuchen da nochmal was zu sammeln. Was machten wir uns jetzt als Feinde? Okay, da ist nicht mehr. Dann hauen wir ab. Ich finde das nicht lustig, dass wir den geplündert haben. Haben aber einiges an Ressourcen bekommen. Ich benötige Ärztehilfe. Ja, wir brauchen einige Ärztehilfe. Ressourcen. So, der Tank ist fast wieder voll. So, das ist schon mal gut gelaufen. Jetzt sollte ich die mal im Landemodul zuweisen. Ich habe nichts, womit ich denen helfen kann. Ja, was tun. Nächstes Planeten suchen. Die da drüben vielleicht. Auf der anderen Seite. Oh, da ist eine ganz schöne Anziehungskraft, der Dicke in der Mitte. Großes Risiko Gravitatio. Vergiss es. Nein, 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 nein Okay, da gibt's Metall Ja, muss ich riskieren Ich brauche Metall Ich muss die Außenindustrie reparieren Ich weiß gar nicht, ob der Bora jetzt das Landemodul in die Luft jagt Muss mal gucken Super Landung Endlich kriegen wir hier Metalle, die uns mal weiterhelfen Komm, einen noch Und weg hier Oder? Ich könnte da drüben noch... Jetzt bin ich schon durch Andocken Und reparieren Beim nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal